Jörn Schauer und überlebt und zu der Runde Skywars Minecraft Skywars natürlich ja ich glaube wir spielen die 24 Runde mal zwei also zweier Teams ja nicht mich nicht irre 3 Teams 4 Teams vielleicht sollte ich aufhören mit der Scheiße und mich lieber mal konzentrieren ich hab heute eigentlich gar nicht mehr ich hab heute ich hab heute nicht mein Thema anzusprechen so am Professionell bin ich nicht hab ich mein Thema anzusprechen aber egal wir schaffen es auch ohne Thema was macht der da ach der hat einen Weg geburt interessant sagen lohnt es sich die Kiste da unten zu holen lohnt sich das Alter Leute 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 der kommt hierüber wie Schmidt Katzen denkt der kann mich hier holen ein jahre weil man das weiß man so eine richtig knappe Angelegenheit richtig knappe Anlegenheit ohne spaß hier wieder gedacht muss ich von oben so sieben vorhanden es passiert mir so oft ich mach die ansage und so dann muss ich wieder von vorne anfangen weil jemand gekommen ist oder mein blutplatz immer wieder in die aufnahme rein so ist es passiert eigentlich immer im meisten aller fälle aber gut ist der markt das ist ein gegner das ist ein gegner das ist ein Gegner scheiß Gegner ist es ein Gegner verdammt ist alt hat er nicht der Leute dann sehen wir uns nach dem kurzen Cut so Leute da sind wir auch wieder ich habe eine 16er Runde glaube ich gesucht und hier gibt's auch Teams ich bin Ordner hieß die mit man sich mit man sich dringend er kann die sich die Kiste oben holen weil die Kiste hab ich verhalten die Kerstattung Kerstattung Jo der ist auch der ist auch so schlau und sich die oben ich bin manche Team-Mail-Ziele auf einmal und kommen und dann alles holen ich hab mein Ding ist besser als ein Eisenschwert das ist das Feuerschutz ja das können wir austauschen geht alles perfekt ich würde sagen müssen wir tun im Team rüber genau das machen wir ich weiß nicht ob die es entfernt haben dass man irgendwie Eier bekommt weil das war immer so dass man richtig krass viele Eier bekommen also so dass man sich so dass man sich so fast so ja gar nicht rüber bauen konnte so gar nicht wisse versteht ihr was ich meine? so gar nicht ich bin 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 oder ist er schon weg Ich hab so ne, ich hab so ne Angst, dass da jemand ist. Okay, da ist anscheinend kein, da ist ne Kiste. Uh! Was besseres als ich hatte aber nicht. Schutz 2. Die sind besser. Dann wir uns mal die Tränke. Komm her! Achso, das ist einer aus meinem Team. Ach, da ist jemand, deswegen will er mich jetzt holen. Da ist jemand. Komm, den holen wir zu zweit. Perfekt, Alter. Jawoll. Da hinten war noch einer, der ist... Da ist er noch rumgespließt, aber... Pass, pass, pass. Ne Enderpearl, ne Enderpearl. Der holt mich, der holt mich sowas von, der holt mich sowas von, ja. Was will ich denn da machen, wenn der hinter mir steht, Leute? Mann, Alter, da sehen wir uns wieder nach einem ganz chilligen Cut. Aber dieses Mal gewinnen wir. So, Leute, da sind wir auch wieder. Ähm, jo. Jetzt geht das los. Und, ja. Ähm, meine Maus klemmt grad so ein bisschen. So, da sind wir auch wieder. Da sind wir... Was sind das? Ah, okay. Hier kommt man leicht vom einen Team bis zum anderen. Okay. Ah, geil. Perfekt. Direkt eine Enderpearl, so eine Enderpearl. Aber wenn da jetzt auch jemand so eine Enderpearl hat, dann bin ich leider aber war auseinandergenommen. Super. Hier ist noch eine Kiste drin. Hä, warum kann ich die Kiste nicht öffnen? Achso. Deswegen. Noch eine Enderpearl. Nice. Okay. Oh, ich hab halt kein Schwert bekommen, ne? Okay, wo gehen wir zuerst hin? Wo gehen wir denn zuerst hin? Ich würde sagen, wir nehmen den Goldapfel, dann nehmen wir den Goldapfel, dann nehmen wir zu dem. Wey! Oh, das war schwul, was ich grad gemacht hab. Das war richtig missgewirrtenmäßig. Oh, okay, okay, okay. Hat er, hat er alles gelootet, was er hatte? Ja. Der war einfach nicht so gut. Aber ist da jemand? Leute, was er hat? Da hinten, der ja, da ist jemand. Es lögen wir wieder den Goldapfel, es lögen wir wieder den Goldapfel, da machen wir den, dann Porten und dahin. Dann schnappen wir uns den, dann schnappen wir uns den, da schnappen wir uns den, da schnappen wir uns den, da schnappen wir uns den. Ah, verdammt. Hey. Ja, das hätt mir klar sein müssen, dass ich den nicht bekomme. Hätt mir klar sein müssen, aber wie auch immer, das sollst du heute natürlich heute wieder von meinem schönen Gameplay gewesen sein. Ich bin da bestätig, okay, ne, aber haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Okay. Okay. й